Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 10 297, Abschiebung in Verfolgung, Hunger, Kälte und Not stoppen. NRW muss die Abschiebung von Flüchtlingen in den Westbalkan über den Winter aussetzen. Ich eröffne die Aussprache zu diesem Antrag und Frau Kollegin Brandt von den Piraten hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, NRW schiebt Jahr für Jahr gnadenlos ab. Er lasse hin oder her. Und völlig egal, ob in 40 Grad ohne Wasser oder in minus 20 Grad ohne Heizung und Decke. Es gibt Leute, die sagen, jetzt ist ja auch alles anders als in den vergangenen Jahren. Die Welt ist in Aufbruch, aber für die Menschen aus dem Westbalkan ist doch alles gleich. Die Situation vor Ort hat sich für die Abgeschobenen nicht geändert. Das hat doch gerade auch Ihr Kosovo-Kongress im Winter 2012 gezeigt. Es wurde berichtet von Traumatisierungen. Ein Kind berichtete, dass es nichts Schlimmeres im Leben erlebt hat als die Abschiebung. Es wurde berichtet von Rückkehr in ungeheizten Baracken ohne fließendem Wasser. Es gibt keine Perspektive auf Arbeit, keine Zukunft, nur Hoffnungslosigkeit. Dazu offene Feindseligkeiten für die Rückkehrer und noch stärkere Repressionen. In der Kommunikation der CDU und anderer Abschiebefreunde wird uns vorgetäuscht, dass mit der Abschiebung in die sogenannten sicheren Herkunftsländer unsere Systeme entlastet würden. Dabei kommen aktuell weniger als zwei Prozent der Flüchtenden aus dem Westbalkan. Wir haben also keine Entlastung für die Gesellschaft, aber für jeden einzelnen Abgeschobenen eine menschliche Katastrophe. Abschiebungen sind grundsätzlich immer schrecklich und abzulehnen. Noch unmenschlicher und grausam wird es aber, wenn in die Kälte des Winters abgeschoben wird. Meine Damen und Herren, wo soll denn die Reise hingehen? Wo sehen Sie in dieser globalisierten Welt Deutschland in fünf Jahren? Eine Welt, in der jeder mit jedem kommunizieren und Handeln treiben darf, nur sich frei bewegen und arbeiten darf man nicht, so wie es doch seit vielen Jahrhunderten während der Völkerwanderung geschehen ist. Wollen Sie die Festung Deutschland? Ich denke nicht. Fassen Sie sich ein Herz und vergessen Sie auch in diesen Zeiten der wahrlich großen Herausforderungen nicht die Menschen, die nichts für die dramatische Situation im Rest der Welt können. Wir haben aktuell erfahren, dass es wohl morgen am muslimischen Feiertag vom Düsseldorfer Flughafen aus Abschiebungen von Menschen in den Westbalkan, in den Kosovo geben soll. Und mit diesem Ausblick wünsche ich Ihnen besinnliche und frohe Feiertage in Ihren sicherlich warmen Wohnungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfges. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Brandt, ich hatte eigentlich vor, mit der einleitenden Bemerkung, dass es Anträge gibt, deren Symbolcharakter einem gefällt und die man trotzdem ablehnen muss zu beginnen. Und auf der anderen Seite auch mich über politische Initiativen mit einem furchtbaren, unsäglichen Symbolcharakter hier zu ärgern, die von anderer Seite in dem Haus an uns herangetragen werden. Allerdings glaube ich, dass in Anbetracht der konkreten Art und Weise, wie in Nordrhein-Westfalen die gelebte Praxis bei der Rückführung von Menschen ist, ihre Worte nach meinem Dafürhalten ein wenig unangemessen waren und auch dem Ernst und der Lage der Situation der Menschen, denen Sie, denen wir helfen wollen, dann nicht gerecht geworden sind. Insoweit glaube ich, man muss bei aller Ernsthaftigkeit, wie man mit dem Thema umgeht hier, dann sicherlich auch, gerade wenn man betroffen ist, bei seiner Wortwahl etwas vorsichtiger sein. Ich fand das ein oder andere an Ihrem Beitrag gerade an der Stelle vorsichtig ausgedrückt etwas übertrieben, weil wir uns im Anliegen ja in vielen Punkten durchaus mit Ihren Gedanken identifizieren können. Aber wir reden nicht nur darüber, Nordrhein-Westfalen wird an der Stelle ja vieles getan. Wir respektieren durch das, was bei uns Praxis, sowohl in vielen Ausländerbehörden, aber auch im Bereich der Landesregierung ist, durchaus die humanitären schwierigen Situationen im Einzelfall. Und die Praxis in Nordrhein-Westfalen wird dem in aller Regel gerecht. Dabei gehen auch wir davon aus, dass die Lebenssituation von vielen Roma, Aschkali und Ägyptern in ihren Herkunftsländern, insbesondere in den sogenannten Westbalkanstaaten, in den Blick genommen werden muss. Und auch ich teile Ihre Ansicht, dass insbesondere die Länder Albanien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien trotz der Klassifizierung als sicherer Herkunftsländer heutzutage noch dadurch besondere Schwierigkeiten bei der Rückführung für die betroffenen Menschen ergeben, dass dort viele Menschen ausgegrenzt, gesellschaftlich geächtet und auch, ich sage mal, in einer unbarmherzigen Art und Weise von der Gesellschaft behandelt werden. Nur, das ergibt nach geltender Rechtsprechung nach unserer Rechtslage eben trotz und alledem keine dauerhafte Aufenthaltsrechtsperspektive in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb muss man im Einzelfall bei der Rückführung, bei der Abschiebung dann auch mit aller gebotenen Sensibilität vorgehen. Aber das, was hier als generell von Ihnen ablehnenswert empfunden wird, können wir nicht teilen. Wir haben uns gestern im anderen Zusammenhang über die Abschiebung als Ultima Ratio unterhalten. Auch wir ziehen alle anderen Formen der Rückkehr vor. Nur, das geht nicht in jedem einzelnen Fall. Von daher kann ich Ihrer Ansicht nicht beipflichten, dass man Abschiebungen insgesamt ächten muss. Man muss allerdings alle humanitären Aspekte, die zu berücksichtigen sind, berücksichtigen. Und ich glaube, das wird in Nordrhein-Westfalen getan. Ich verweise insbesondere auf den Sensibilisierungserlass, der bei uns immer noch geltende Praxis ist und der von der anderen Seite in diesem Haus dann ja auch vielfach diskreditiert wird. Lassen Sie mich das, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Anlass nehmen, noch mal ein paar Worte auf den sogenannten Aktionsplanrückkehr. Schon die Bezeichnung finde ich ausgesprochen schwierig verwenden, wo in einer Art und Weise über humanitäre Aspekte hinweggewicht wird, dass man auch da von Symbolpolitik, allerdings von einer sehr negativen Symbolpolitik sprechen muss. Ich komme nur auf den Punkt 5 zurück, auf den Punkt 6 zurück. Da steht wörtlich als Überschrift, Landesregierung muss abschiebungshinderliche Erlasse zurücknehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, an der Stelle vermitteln Sie den fatalen Eindruck, als sei Abschiebung etwas, was im Landesinteresse und im Interesse der Menschen wünschenswert ist. Ich finde das abscheulich und ekelerregend, liebe Kolleginnen und Kollegen. An der Stelle darf ich allerdings zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass das Instrument von Winterabschiebe erlassen und Abschiebestopps, was in keinem einzigen Bundesland mehr, wenn ich richtig informiert bin, derzeit angewandt wird. Und selbst der thürichische Ministerpräsident Ramelow hat sich nach meinen Informationen an der Stelle eindeutig geäußert, sodass ich durchaus an Ihrer Seite bin, wenn es darum geht, humanitäre Aspekte zu berücksichtigen, und zwar ganzjährig, dass ich auf der anderen Seite schon aus Vernunftskunden sagen muss, eine generelle Ächtung der Abschiebung als Ultima Ratio ist mit uns nicht zu machen. Insoweit werden wir bei aller Sympathie für die Einbeziehung von humanitären Aspekten Ihrem Ansinnen leider nicht zustimmen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kaufges. Als nächster Redner kommt zum Pult Herr Kollege Kuper für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Maßnahmen im Asylrecht betreffen Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Biografien und sehr, sehr unterschiedlichen Lebenswegen. Und wir werden mit dem Grundrecht auf Asyl und den Asylgesetzen vielen Menschen helfen können. Aber es gehört soweit auch dazu, eben nicht jedem. Und Asyl- und Flüchtlingspolitik heißt auch, unterschiedliche Schicksale unterschiedlich zu behandeln. Und bei uns ist das mit einem rechtsstaatlichen Verfahren mit mehrfacher Möglichkeit der Überprüfung absolut gewährleistet. Und dann gehört es genauso dazu, dass die negativen Entscheidungen in einem staatlichen und rechtskräftigen Verfahren mit der notwendigen Konsequenz auch umgesetzt werden. In diesem rechtsstaatlichen Verfahren wird in mehreren Stufen immer wieder überprüft, ob ein Schutzrecht vorliegt. Und selbst wenn abgelehnt ist, wird noch die Duldung überprüft und wird noch gefragt, was steckt und steht einer Rückführung entgegen. Und angesichts der derzeitigen aktuellen Flüchtlingszahlen mit einer Dynamik, die zwischen einer Million und 1,3 Millionen Flüchtlinge und Menschen in diesem Jahr zu uns bringt, ist es wichtig, dass diejenigen, die Schutz suchen, eine vernünftige Unterbringung bei uns bekommen. Und dazu gehört es andererseits aber auch, dass Recht und Gesetz umgesetzt werden und bei denen, wo eine Ablehnung erfolgt ist, dann auch zurückgeführt werden in ihre Heimatländer. Und meine Damen und Herren, wenn Sie tagtäglich vor Ort mit den Bürgern, Bürgerinnen, mit den Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen und den Hilfsorganisationen im Gespräch sind, dann wissen Sie, dass da tagtäglich in der Praxis gesagt wird, rechtskräftig abgelehnte nehmen Flüchtlingen in großer Not die wenigen noch verfügbaren Plätze weg. Und das kann nicht sein. Und das können wir auch nicht so an der Stelle durchgehen lassen. Und alleine, meine Damen und Herren, Sie hatten ja vorhin gesagt, es seien fast keine mehr, die zu uns kämen. Wir haben, wenn Sie in die BAMF-Statistik hineinschauen, bis zu dem Zeitpunkt von Januar bis November erfassten 400.000 Menschen immerhin rund 110.000, die aus den Demokratien des Westbalkans, die aus den sicheren Herkunftsländern zu uns gekommen sind und damit asylrechtlich ohne eine Bleibeperspektive sind, weil über 99 Prozent dieser Anträge abgelehnt werden. Ich denke, angesichts dieser immensen Flüchtlingszahlen und von Kommunen, die an der Belastungsgrenze mehr als angekommen sind, der Innenminister kriegt täglich neue Überlastungsanzeigen auf den Tisch, ist es wichtig, dass auch all diejenigen, die kein Recht auf Asyl oder Flüchtlingsschutz haben, in die Heimat zurückkehren. Und von daher wäre in solch einer Situation der Winterabschiebeerlass ein verheerendes Zeichen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat auch legale Zuwanderungswege für diese Menschen eröffnet, anstelle des aussichtslosen Weges über das Asylrecht. Ich meine, die derzeitige Lage erfordert ein Herz für alle, die, welche Schutz und Hilfe brauchen, aber auch klaren Verstand bei denjenigen, die keine Aussicht auf Asyl haben. Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Ihnen, Herr Kollege Kuper. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Frau Kollegin Dücker. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir finden auch die Gründe, warum Menschen aus den Westbalkanländern fliehen, sind menschlich nachvollziehbar. Insbesondere für Angehörige von Minderheiten sind die Lebensbedingungen in den Westbalkanländern sehr schlecht. Diskriminierung sind an der Tagesordnung, sie sind nicht integriert flächendeckend in die Gesellschaft. Ja, das ist alles richtig. Aber wir können diese Problemlage, die dort herrscht, und das gehört, Frau Kollegin Brandt, auch zur Wahrheit dazu, wir können sie nicht mit unserem Asylrecht lösen. Das ist so. Und die Verweigerung, die Verweigerung von Realitäten und von Wahrheiten hilft diesen Menschen letztendlich auch nicht weiter. Nach unserem Asylrecht haben diese Zielgruppe so gut wie keine Chance, hier eine Anerkennung als Flüchtling zu bekommen. Und ihnen zu suggerieren, das geht schon irgendwie und das klappt schon irgendwie, das hilft denen nicht. Ich hatte neulich hier auch eine Begegnung mit einigen hundert Roma-Flüchtlingen vor dem Landtag und ich habe da offen mit ihnen drüber gesprochen und nur das ist richtig. Offen mit denen zu sprechen und zu sagen, wie man ihre individuelle Problemlage, die ich nicht leugne, lösen kann. Und da haben wir im Moment drei Ansätze. Wir Grüne fordern parteipolitisch, dafür gibt es in diesem Land leider keine politischen Mehrheiten, an unserem Parteiprogramm fordern wir eine jährliche Kontingentaufnahme von Roma aus den Balkanländern. Ich finde, das stünde uns gut an, angesichts unserer Geschichte, hier solche Kontingente von einigen tausend Menschen aufzunehmen, ist derzeit politisch nicht umsetzbar. Aber was wir umsetzen konnten, was gerade auch für diese Zielgruppe relevant ist, ist die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete. Wir haben gerade von diesen Menschen wirklich, die hier zehn, teilweise über 15 Jahre geduldet sind, hier eine Bleiberechtsregelung konnten wir auch mit den grünen mitregierten Ländern durchsetzen. Zweitens haben wir in dem letzten Asylkompromiss einen Einwanderungskorridor für die Westbalkanländer geschaffen. Das möchte ich hier auch nicht kleinreden, weil das ist im Grunde der Einstieg auch in eine gesteuerte Zuwanderung jenseits vom Asylrecht, was wiederum hier diesen Menschen ja auch nicht weiterhilft. Mit diesem Einwanderungskorridor, der nicht befristet ist, der nicht gebunden ist an eine Höhe des Verdienstes, sondern an einen Arbeitsplatz mit Tariflohn kann jeder hier regulär einwandern und bekommt einen Einwanderungsanspruch. Das ist, finde ich, auch hier ein Paradigmen wechseln, das mal umgedacht wird hier auch in ein neues Einwanderungsrecht. Auf Landesebene, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, Kollege Körfkes hat darauf hingewiesen, haben wir mehrere Erlasse, nicht einen, mehrere Erlasse, die unter dem Stichwort Sensibilisierungserlasse fungieren, aber auch andere Erlasse, mehrere Erlasse auf den Weg gebracht, die die Ausländerbehörden auffordern, in humanitären Einzelfällen hier alles zu versuchen, auch Abschiebehindernisse zu identifizieren, Härtefälle zu bringen, Trennung von Familien zu vermeiden, bei Krankheiten genau hinzugucken. Zielstaatsbezogene Abschiebehindernisse werden ja durchs BAMF aufgeprüft, aber weitere Abschiebehindernisse hier sehr sorgfältig zu prüfen. So, und wir haben, und das gehört auch dazu, fair mit diesen Menschen umzugehen, wir haben die Rückkehrberatung ausgebaut. Ja, ich finde es richtig, Flüchtlingen, von Anfang an klar ist, dass es keine Perspektive gibt, ja, dann auch ganz klar zu sagen, wie bauen wir Brücken zurück in ihre Herkunftsländer, dass sie nicht dort vor dem Nichts stehen, dass sie nicht zwangsweise abgeschoben werden, was eine Wiedereinreisesperre zur Folge hat, dass sie dann auch mal wieder über ein Visum hier einreisen können, was dann ja auch mit einer zwangsweisen Rückführung der Weg verhindert ist. Das heißt, auch das ist humanitär und fair, hier eine Rückkehrberatung zu finanzieren und zu organisieren. Und es ist aus meiner Sicht auch falsch verstandene Humanität, den Menschen hier Dinge vorzumachen, die am Ende hier in 50 Schleifen münden, aber nicht in einem Bleiberecht. Also eine ehrliche, im Moment möchte ich zu Ende führen, eine ehrliche und fairer Umgang mit diesen Menschen, alle rechtlichen Möglichkeiten für humanitäre Einzelfälle auszuschöpfen, das ist Ziel unserer rot-grünen Politik. Und da sage ich auch ganz klar etwas, was im Petitionsausschuss gerade spürbar ist und was ich aktuell auch wieder mit sehr problematischen Abschiebesituationen in Verbindung bringe. Gerade, ich nenne ihn auch konkret, der Landrat aus dem Märkischen Kreis, haben Sie vielleicht mitbekommen, Herr Innenminister, tut sich nicht gerade hervor, diese Erlasse, die Sie rausschicken, dann auch anzuwenden und ernst zu nehmen. Und ich finde, das kann auch nicht sein, wenn es hier positive Empfehlungen der Härtefallkommission gibt, wenn der Petitionsausschuss mit total engagierten Kolleginnen und Kollegen, denen ich hier ausdrücklich nochmal danken möchte für ihren Einsatz, wenn die Verfahren laufen haben, dann vollendete Tatsachen zu schaffen und entlang dieser Gremien einfach Menschen ins Elend abzuschieben. Das kann auch nicht sein. Und hier fordere ich auch die Landräte, insbesondere die Landräte auf und die Ausländerbehörden, diese Erlasse auch ernst zu nehmen und die Arbeit dieser Gremien hier auch ernst zu nehmen. Und ich bitte den Innenminister dringend, dies mit Nachdruck auch in den Kommunen vorzutragen, dass es hier nicht darum geht, massenhaft Menschen nicht abzuschieben, sondern im humanitären Einzelfall hier auch für eine humanitäre Lösung zu stehen. Dafür haben wir Instrumente und die sollten dann auch angewandt werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dücker. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Dr. Stamp. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal möchte ich damit beginnen, dass wir uns gerade, wenn wir hier über ein so sensibles Thema sprechen, auch überlegen sollten, wie wir hier miteinander umgehen. Und wenn ich sehe, wie beispielsweise jemand wie der Kollege Cooper sich nicht nur hier im Land, sondern auch auf Reisen, wir waren zusammen mit der evangelischen Kirche unterwegs, er war auch an anderer Stelle unterwegs, sich dafür einsetzt, zu gucken, wie wir dieses sensible Thema handhaben können, dann sollte man mit allen Vorwürfen, rechte Ecke, Rechtspopulismus und sonst was ganz, ganz vorsichtig sein. Wir haben alle gemeinsam die Verantwortung, diese Rechtspopulisten außerhalb dieses Saales zu halten und dafür müssen wir auch gemeinsam arbeiten. Wir haben hier ein ganz sensibles Thema, das ist völlig richtig. Abschiebung ist immer ein ganz schwieriges Thema, aber wir wissen auch, dass diejenigen, die abgeschoben werden, die zurückgeführt werden, auch vorher die Aufforderung bekommen haben, freiwillig das Land zu verlassen, weil ihr Bleiberechtsstatus hier nicht mehr existiert. Das heißt, es ist vorher die Aufforderung gekommen, das Land zu verlassen und dem ist dann nicht Folge geleistet worden. Dann kommt es entsprechend zur Abschiebung. Dass das trotzdem beispielsweise für Kinder und so weiter sehr, sehr hart sein kann, ist überhaupt gar keine Frage. Nichtsdestotrotz wissen wir aber auch, in welcher Situation die Bundesrepublik Deutschland und wir hier in Nordrhein-Westfalen gerade im Moment sind. Und ich habe das bereits heute gesagt, dass wir weiter mit sehr, sehr hohen Zugangszahlen konfrontiert sind. Und wenn wir weiter unserer humanitären Verantwortung gerecht werden wollen, wenn wir weiterhin auch Kriegsflüchtlinge aus Syrien vernünftig unterbringen wollen, dann werden wir denjenigen, die nach unserem Asylrecht keine Bleibeperspektive haben, eben hier keinen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen können. Das ist hart, aber das ist so und das muss auch konsequent durchgeführt werden. Dazu hat es ja auch Verabredungen auf Bund- und Länderebene gegeben. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt, wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Vielleicht kann der Innenminister gleich auch dazu nochmal was sagen. Was mich ehrlich gesagt stört, ist, dass Sie nach wie vor nicht in der Lage sind, in der Mitte des Folgemonats uns zu sagen, wie viele Rückführungen es denn im November jetzt nach der Umstellung des Bund- und Länderkompromisses gegeben hat, weil wir ja auch gerne mal wissen möchten, wie entsprechend das greift und wie das entsprechend funktioniert. Also, es ist ein ganz schwieriges Thema. Gleichwohl möchte ich auch sagen, ist mir aufgefallen bei dem, was die Kollegin Düker gesagt hat, hier auch in Richtung unterschiedliche Bleibeperspektiven, Einwanderungsrecht, dass es sich, glaube ich, jetzt wirklich nochmal lohnen würde, ich sage das nochmal als Appell, heute Morgen schon mal gesagt, dass wir die Beschlusslagen auch hier nebeneinander legen und einmal gucken, wenn die Bundesregierung nicht in der Lage ist, das Asylsystem mit den hohen Zahlen gerade beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Griff zu bekommen, wenn sie sich dafür den falschen Weg entscheidet, nämlich der jeweiligen wiederum Individualverfahren, anstatt da Gruppen dann auch insgesamt aus den Verfahren herauszunehmen, dann sollten wir hier gemeinsam als Land Nordrhein-Westfalen vorweggehen mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative und sollten versuchen, das auf den Weg zu bringen. Wir sind dazu bereit und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dementsprechend anschließen können. Zum Anliegen der Piraten nochmal zurückzukommen. Ich weiß auch um die Situation der Roma. Ich bin gerade erst im letzten Monat von Istanbul aus über Bulgarien, Mazedonien nach Serbien gefahren, habe mir verschiedene Situationen dort angeguckt und ich weiß um das Problem. Frau Düker hat es eben auch angesprochen. Wir sind in der Verantwortung, dass man der größten Minderheit innerhalb der EU hilft. Aber das ist eine gemeinsame Anstrengung, die die EU leisten muss und die Hilfe wird nicht gewährleistet. Wenn wir Familien suggerieren, dass es eine immer weiter fortschreitende Schleife gibt, von einigen Monaten Duldung, dann vielleicht noch ein Winterabschiebestopp und dann geht es wieder zurück. Und dann kommt der Folgeantrag, dass wir aus diesem Kreislauf heraus eine weite Entwicklung für die Minderheit der Roma wirklich generieren könnten. Das wird nicht funktionieren, sondern da muss man dann ehrlich sein. Da muss man möglicherweise kontingentieren zu einem anderen Zeitpunkt. Frau Düker hat das vorhin auch angesprochen. Aber es ist vor allem Aufgabe der EU, sich dieser Aufgabe zu stellen und auch den Ländern auf dem Westbalkan eine klare Ansage zu machen, dass es einen EU-Beitritt nur dann geben kann, wenn auch die Minderheitenrechte in den entsprechenden Ländern gesichert sind. Den Weg sollten wir gemeinsam gehen, anstatt hier Dinge zu suggerieren, die wir dann auch letztendlich nicht halten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Und für die Landesregierung hat das Wort nun Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Roma werden nach wie vor in vielen ihrer Heimatländer diskriminiert. Das steht außer Frage. Sie sind in einer oftmals prekären Lebenssituation. Sie sind abgeschnitten von staatlichen Leistungen wie Bildung, wie Zugang zum Arbeitsmarkt, wie gesundheitliche Versorgung, auch ohne Zweifel. Das ist eine unbefriedigende Situation. Und ich finde, es ist unwürdig für Staaten, die Mitglied der Europäischen Union werden, wie sie mit der Minderheit Roma umgehen. Es ist unwürdig für sie. Liebe Frau Brand, wir sprechen heute mittlerweile über den vierten Antrag zu einem Windabschiebestopp seit Ende 2013. Die Anträge haben bisher dasselbe Schicksal ereilt. Das wird, glaube ich, auch heute sich nicht ändern. Nicht, weil es ein mangelndes Verständnis für den Inhalt solcher Anträge gibt. Ganz im Gegenteil. Aber die mangelnde Integration der Volksgruppe Roma in die Mehrheitsgesellschaften ist eben nicht nur auf die Staaten des westlichen Balkans beschränkt. Herr Stamm, ich gebe Ihnen ausdrücklich einmal recht. Es handelt sich um eine gesamteuropäische Problematik. Und dieses Problem kann nur gelöst werden, indem die Lebenssituation in den Herkunftsländern sich nachhaltig verbessert. Nur so lässt sich das ändern. Rechtlich ist die Situation völlig klar. Ich kann mich da nur wiederholen. Die Frage der Zumutbarkeit von Lebensverhältnissen in den Herkunftsländern wird alleine durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Asylverfahrens geprüft. Im Rahmen dieses Asylverfahrens hat jeder ein Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Diese rechtsstaatlichen Verfahren hat jeder Asylbewerber das Recht zu, können gerichtlich überprüft werden. Unsere kommunalen Ausländerbehörden sind an die Beurteilung des BAMFs gebunden. Sie dürfen nicht die Bewertung des BAMF durch eigene Einschätzungen ersetzen. Und die Ausländerbehörden prüfen aber in jedem Einzelfall, ob einer Abschiebung rechtliche oder tatsächliche Hinderungsgründe entgegenstehen. Ein solches Hindernis kann beispielsweise die nicht vorhandene Reisefähigkeit sein. Frau Brand, wir alle wissen, dass gerade in den Ländern des Westbalkans viele Menschen gezielter Fehlinformationen von Schlepperorganisationen zum Opfer gefallen sind. Sie haben Versprechungen und Glauben geschenkt, die völlig irreal waren. Sie haben zum Teil ihr letztes Geld dafür aufgewandt, ihre Reise nach Deutschland zu organisieren, zu finanzieren. Ich finde, wir sind es diesen Menschen schuldig, die keine Chance auf Bleiberecht in Deutschland haben, sie aufzuklären und die Unsicherheit durch klare und zügige Entscheidungen zu beseitigen. Die wahre Realität im Westbalkan sieht allerdings anders aus. Die Chance für Asylsuchende aus den Staaten des westlichen Balkans auf Anerkennung tendiert gegen null. Die Informationskampagnen, die wir als Länder, als Bund in den Herkunftsländern zwischenzeitlich geschaltet haben, zeigen Wirkung. Die Flüchtlingszahlen aus den Westbalkanländern sind deutlich rückläufig gegenüber dem Frühsommer. Zurzeit beträgt der Anteil der Flüchtlinge aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten des Westbalkans unter zwei Prozent. Unter zwei Prozent. Ein Abschiebestopp, selbst wenn er rechtlich zulässig wäre, würde ein völlig falsches Signal setzen und diese Zahlen wieder deutlich erhöhen. Es würde den Menschen, die sich bereits in Deutschland befinden, im Übrigen auch die falsche Hoffnung machen, vielleicht doch eine Chance auf Anerkennung hier zu bekommen. Ich kann daran nichts Menschliches erkennen, Flüchtlinge in ihren falschen Hoffnungen zu bestätigen und sie dann ein paar Wochen später trotzdem je und schnell zurückzuführen. Ich finde es allen Beteiligten gegenüber sehr viel ehrlicher und ich finde es sehr viel fairer, wenn direkt deutlich wird, dass das Asylverfahren kein erfolgversprechender Weg für diese Menschen ist. Wir brauchen in Deutschland ein Einwanderungsland, das es diesen Menschen möglich macht, auch hierher einen Zugang zu finden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor und damit kommen wir zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung im Antrag. Wer stimmt also dem Inhalt des Antrags zu? Die Fraktion der Piraten, der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Die SPD, die Grünen, die CDU und die FDP. Gibt es Enthaltungen im Hohen Hause? Enthaltungen sind nicht erkennbar. Damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit im Hohen Hause abgelehnt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Das ist nicht so gut für die AfD, aber ich rufe auf mich. Vielen Dank. Vielen Dank.